hallo leute das sind die täglichen herausforderungen für freitag den 31 fünften blaue sonnenbarschel gefangen da gibt es ein extra video dann müsst ihr ein nicht spieler charakter mit dem lasso einfangen und hinterher schleifen da steht was von 0 strich 750 da gibt es explizit ein extra video drüber teile an den heller verkaufen ist sehr schwierig aber gibt es kein video habe ich gerupft haben wir hier im video drin drei location kommen aber noch mehr weil wir haben in unserem video archiv schon material gefunden meine leute sind schon dabei das zu sichten und bereitzustellen für ein video und dann showdown in beliebiger showdown serie abgeschlossen da dürft ihr wieder in die showdown serie und dann macht das zusammen mit spieler aus der deckung töten ist einfach und natürlich wettkampf vogeljagd abgeschlossen das ist wieder so eine trupp versus geschichte da könnt ihr trupp gegen trupp kämpfen und da gibt es zum beispiel noch andere sachen wie zum beispiel wettkampf größter funk wettkampf vogeljagd gibt es natürlich und wettkampf kräuter sammeln aber heute ist halt gefragt diese vogeljagd geschichte deswegen macht das heute im trupp gegen einen anderen trupp und dann habt ihr das auch abgeschlossen hier ihr seht schon diese schöne aussicht wer weiß wo das ist ja das ist dieser schöne blick auf die ganze bucht und dort hat er einen habicht erwischt und hier im video haben wir gleich drei habicht location aber es kommt noch mal ein extra video genauso wie ich euch sagen möchte dass in der beschreibung unten der link stehen wird zu der playlist die extra für den 31 5 angefertigt wird und da in der playlist könnt ihr schauen welche videos schon jetzt da sind und welche videos heute noch dazu kommen und ihr könnt auch auf die kanal seite gehen dort werdet ihr auch für den 31 5 gleich eine playlist präsentiert bekommen dort könnt ihr das alles sehen also in der video beschreibung ist die playlist drin und auf dem kanal wenn ihr auf den kanal schaut seht ihr auch sofort die oberste spalte ist dann die playlist für die heute heutige tägliche herausforderung 31 5 freitag leute das wochenende hat begonnen und wir haben eigentlich leichte aufgaben es kommen noch ein paar videos und ich sag schon mal ciao